So, und ein weiterer Part von unserem Let's Play. Ja, sag mal Borda hier an. Ja, also der letzte Part ist jetzt aus Versehen ein bisschen lang geworden. Da werden wir das Ende abschneiden und dann fehlt ein bisschen. Wir haben hier diese Wand gemacht. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt noch drauf ist. Und ja, hier oben das Loch reingemacht, weil Sommik da oben sein Haus machen will. Ich werde das dann auch noch in die Kommentare reinschreiben, äh, in die Videobeschreibung reinschreiben. Und ja, ab jetzt machen wir es dann richtig. Genau. Und ja, das war sowieso, ist sowieso besser, wenn du das Ende abschneidest. Denn da habe ich ja noch gesagt, musst schon Tschüss sagen und so. Das war noch alles mit den Aufnahmen. Ja, das war, ja, das war ein bisschen blöd. Gut, das geht mir gerade ins Haus rein, durch das Loch. Und da ist gerade ein Krieg explodiert und hat unser Haus verstellt. Genau. Ich habe ja heute. Ah, scheiße. Ah, guck mal, der guckt, der hat spioniert, Alter. Der stand die ganze Zeit an unserem Fenster, hat zugeguckt, der geblieben. Gut, dann bin ich auch wieder. Ach, Mann, ey. Das ist doch kacke, das kann ja so nicht weitergehen. Egal, ich denke, das stört hier keinen, wenn ich mal zwischendurch eine kurze Sekunde lefte. Ähm, vielleicht... Oh, scheiße. Also ich gehe jetzt mal ins Bett, ich habe keine Lust mehr. Ach, ja, das ist für mich wieder. Ich mache nur kurz hier, wenn wir überhaupt schlafen. Ja, gut. Ja, gut. Ja, 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 ja. Vielleicht hört es dann ja auch aufregnen, hoffentlich. Vielleicht solltest du, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber den Sound leiser machen, wegen dem Reden. Ja, ja, genau. Habe ich schon gemacht, ich weiß nicht, ob das reicht, ich mache mal noch ein bisschen leiser, zur Sicherheit. Weil bei mir ist es nämlich ziemlich laut. Ja, bei mir auch. Also, Sonic, kommst du schlafen? Ja. Gut. Gut, ich schlafe. Ey, die ganze Zeit Sonic left the game, Sonic joint the game. Ey, Mama. Moment mal kurz, ich bin gleich wieder da. Okay, das ist nicht so optimal. Ah, gut, wenigstens sind weggegangen. Und diesmal wurden wir nicht unterbrochen die ganze Zeit, obwohl wir ihn noch in der Decke haben. Der Part heißt Schlafstörungen. Cool. So, ich hoffe, jetzt funktioniert das. Ich habe nochmal eben was gemacht. Also eigentlich sollte jetzt eine Runde, zumindest den Part hier lang, funktionieren. Hoffe ich, sonst ist ja aber was los. Ich gehe jetzt mal Holz sammeln. Ich brauche Holz für meinen Bereich. Ich habe Holz. Also, ein Stack kann ich dir geben. Gut. Da. Also, ich kann dir mal jetzt erklären, wie ich das da meinte mit der Abtrennung. Nee, Kohle. Du machst das einfach so. Ach ja, Kohle, stimmt. Können wir auch gebrauchen. Ja, stimmt. Ich nehme schon irgendwie gar keine Kohle mehr mit, aber... Ja, gut, ich mache das jetzt einfach und dann kann ich es ja dann... Keine Ahnung. Ja, ich... Ich bin... Das Problem ist, das Fenster ist jetzt hier voll davor. Hm. Wir machen einfach nur in einer Fenster hier. Ja, das ist ja in meinem Zimmer. Ach so. Ich kann auch immer das Fenster ganz groß machen hier. Ein Panorama, das mache ich auch gleich. Wenn es in deinem Zimmer ist, ist es mir egal. So, hier ist noch mehr Kohle. Den nehmen wir auch noch mit. Wow. Oh, und Eisen. Direkt nebeneinander. Oha, ganz schön weit hier schon in meinem Dach. Muss ich ja sagen. Finde ich. Ich komme mal raus. Ich komme mal raus. Ich komme mal raus. Also, jetzt kommen noch Fenster oben rein, ein paar, ne? Oh, hier ist der zu. Ach so. Ja. Ja, ist doch nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch Diamant sein. Dein Loch ist jetzt zugedeckt worden, aber ich mache dir mal ein neues. Ah, jetzt rutsche ich Sand nach. Und hier machst du jetzt deine Leiter ran. Sommik, siehst du das? Ah, alles klar. Ich habe aber nur eine. Ihr dürftet die anderen haben. Ja, Dings. Ähm, Tommi hat ja noch eine Leitern, oder? Hm, ich habe drei Stück. Ja, die kannst du dann da gleich ran machen. Gut. Ja, ich muss das erst noch kurz abbauen. Also, die Kohle, die sich ungünstigerweise unter dem Sand befindet und der dir auch mal runtergrutscht. Oder die Ecke. Das nervt richtig. Ups, Entschuldigung. Kein Problem. Also, das da ist jetzt meine Ecke und der Rest ist sozusagen, also das ist jetzt nicht abgetrennt, Thomas. Dein Bereich ist jetzt sozusagen nicht abgetrennt, du kannst hier diese Sachen hinmachen. Und... Mein, mein, mein. Nein, dein Bereich ist eh abgetrennt, da ganz oben. Ich habe ja mein, ja. Genau. Ja, und, ähm... Dass der, der Balkon halt von allen, für alle zugänglich ist, so meinte ich das. Weil, wenn du da deinen eigenen Balkon hast, das wäre ein bisschen blöd, deswegen meinte ich das. Also, das ist nicht schlecht, ne? Dass du da nicht eine kleine Wand reinziehst. Ja, das ist wirklich klar. Hi, Thomas. Ja. Ähm, kannst du mir die Leiter geben? Zuwerfen einmal. Sehr nett. Danke sehr. Bdubdu. Ich tue mal eine Fackel hin, damit ich den Expound. Und... Hier den Sand, wie euer Wanderer. Oh, wie viel Holz hast du denn, ey? Hm. Hier müsste vielleicht das Glas weg, das sieht uns ungemütlich aus, wenn man da gucken kann. Toll, jetzt brauche ich Erde. Hier hat jemand Erde von euch? Ja, dort. Ja, ich habe... Äh, 15. Kann ich dir schon mal geben hier? Liegt da unten im Loch? Hier, du hast genug. Da liegt's da... Da... Ne... Ah, da. Ja. Danke. Oh nein. Oh nein. Warte, jetzt. Schon wieder Hunger. Achso. Ich krieg so schnell Hunger. Warte, warte. Ich krieg immer Hunger, ey. Ich nehm euch hier aus mit Essen. Vielen Dank. Ja, ist ja eigentlich nicht schwer wegzukriegen. Ich hole mal noch ein bisschen Essen. Einfach die Kühe alle abschlachten und dann... Ja, wir können ja auch mal bei Gelegenheit Weizen, also Getreide machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja keine schlechte Sache. Mhm. So. Achso, ähm, ja, was ich noch zu dem letzten Part sagen wollte. Ich werde natürlich auch versuchen, den ganzen Part hochzuladen, aber... Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, also könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich das dann halt abschneide. Ah, ich würde es ja besser finden, wenn du den abschneidest, weil da sag ich ja auch noch... Hier, ne? Achso. Ja, gut. Also in diesem Fall, das ist eben der eine Party, die anderen haben wir dann auch ohne Verabschiedung gemacht, also das ist jetzt der eine. Nächstes Mal wird das nicht so sein. Was ist das hier? Na gut, okay, das stimmt, ja, da haben wir auch ein bisschen... Ja, das war eben das... Wir fangen ja noch an. Ja, also, habt ein bisschen Rücksicht, das ist das erste Mal, dass wir sowas machen, also... Warum sind hier keine Ranken? Die hast du doch abgemacht. Hä, ne, aber nicht alle. Ich habe hier nur... Ich habe eine Ahnung. Hä? Ich habe nichts weg. Auf einmal sind alle Rangang weg. Also machen wir jetzt das Glas hier weg, Dominik, oder? Warte mal. Ich packe das ein bisschen rum. Nee, Mist. Ja. Mist. Gut. Ja, so ein Mist aber auch. Ah, hä? Das Huhn, das Huhn, das nehme ich auch noch mal mit. Bisschen Chicken. So, das Glas ist weg. Gut, dann kannst du jetzt hier dein Reich erstellen. So, wunderbar, schöne Sache. Gut, also, ein Vorschlag von mir, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen in die Mine reingehen, die wir gefunden haben. Also, die verlassene Mine. Aber dann zusammen und auch zusammenbleiben halt. Ja, da muss ich mich aber ausrüsten. Ja, ich auch. Ah, die Raids habe ich sogar noch am letzten Mal hier drin. Mal Inventar. Kurz hier ein bisschen Essen auch mitnehmen. Ich schmeiße mal ein bisschen Essen in den Ofen, könnt ihr euch bedienen. Kann doch die hier abbauen, ne? Ja. Ja, wir sollten mal einen zweiten Ofen machen. Ich habe einen zweiten Ofen, die habe ich doch nicht. Abkürzend, ich brauche das Fenster jetzt auf. Sorry. Ja, also, solange du es wieder heil machst, ne? Schöne Sache. So, jetzt brauche ich aber Fenster. Hat jemand Sand von euch, beziehungsweise Glas? Ah, nee, ich habe hier Sand. Ich brauche aber noch mehr Mist. Zack, Ofen lockiert. Ich habe was. Ich habe Oren. Oh, wir haben Öfen. So 20 Glas oder so. Ja, da ist Sand. Oh, toll, ne? Ja, Tomi hat es genommen. Oh, ja. Tust du hier rein in den Ofen, oder? Nee, jetzt habe ich noch nichts. Jetzt habe ich nicht schon zugebrochen. Danke sehr, lieb. So, wir haben hier, ich habe einen Steg zu schenken. Oh ja, ich brauche immer Essen. Danke sehr. So, und... Na, so viel habe ich auch nicht. Das behalte ich mal. Rotten Flash, das nehme ich nicht mit. Ups. Also, ich habe in meinem Zimmer auch noch drei Öfen. Und ja, die sind auch noch erreichbar. Toll, da habe ich ja gar kein eigenes richtiges Zimmer. Da geht ja immer durch mein Zimmer durch. Ja, du kannst ja von mir aus, also, ich habe ja jetzt nichts dagegen, wenn du einfach nur noch nach hinten erweiterst, hier, hier in die Richtung, und dann kannst du ja hier auch noch abdrehen, wenn du willst, dann ist das hier auch noch öffentlich. Könntest du ja jetzt zum Beispiel hier, dass die hier zwei Fenster wegmachen, dass nur noch ein Zweierfenster ist, und dann machst du hier einen Durchgang nach hinten in deinen Raum. Dann kannst du die Wand sogar so lassen. Oder ich mache das hier zum, zu meinem Raum und erweitere trotzdem noch nach hinten. Ja, das kannst du auch machen. Ups. Oh. Ups, ups. Puh, diesmal wurde das Haus nicht angegriffen. Oh, ja. Na. So, ich habe Eisen, ich mache mir jetzt ein paar Werkzeuge. So. Und aber schöne Sache. So. Für eine Eisenspitzhacke, für die Diamanten. Ich laufe hier noch mit steilen Tools rum, ey. Ich eigentlich auch. Brauchst du ein Diamanteisenschwert? Ich habe hier, ich gebe ein. Äh, nein, nein, nein. Schwert ist ja eh nicht so wichtig, nachdem man jetzt mit 1,8 kritisch treffen kann. Ja, na ja. Und Diamantschwert ist ganz unnötig geworden, weil man mit dem Eisenschwert auch schon, wenn man einmal kritisch trifft, also einmal springt und dann haut, dann auch schon mit zwei Schlägen tot macht. Ja. Sieht keiner, sieht keiner. Na ja. So. Eine Werkbank habe ich auch dabei, das ist nicht schlecht. Ich mache mal noch ein paar Fackeln. Und dann können wir von mir aus in die Mine. Ja, und ich mache mir noch eine Rüstung. So. Alles klar. Ich mache mir mal ein paar Schuhe. Du hattest vorher keinen Kopf? Ich hatte schon Kopf, aber. Also ich habe schöne Schuhe. Guck mal, wie toll die sind hier. Schöne Klötze. Das ist cool. Wie diese holländischen Holzschuhe. Oh, die müsste man auch craften können. Das wäre das cool. Glocks heißen die, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Cool. Wie sieht das von außen aus mit den Fenstern? Ganz okay, ne? Oder? Ich weiß noch nicht. Gut. Also von mir aus können wir jetzt in die Mine gehen. Ja, ich bin auch gleich fertig. Ja, ich bin auch gleich soweit. Ich mache noch eine Spitzhacke. So. Ja. Gut, also ich wäre jetzt soweit. Moment, Moment. Ihr wartet noch eine Sekunde. Gleich ist auch der Part zu Ende. Dann würde ich sowieso sagen, dass wir im nächsten Part dann in die Mine gehen. Oder. Das ist eine gute, wunderbare Idee. Also mir ist egal, sonst. Ja, mir auch. Also ich bräuchte nämlich noch ein bisschen. Ja, dann passt das auch. Dann würde ich noch ein bisschen essen. Ich habe sowieso nur vier Steaks mit. Du hattest eine Schere, ne, Sommik? Ähm. Mal schauen, ja. Kann ich die mal haben? Ja, hier. Danke. Ich will ein paar Ranken abbauen, damit das schneller zuwuche, das Haus. Das ist ja keine schlechte Sache. Hier wachsen die ja immer nach an den Bäumen. Ja. Die wachsen ja überall nach. Die breiten sich ja auch hier so aus. An den Blöcken. Und es wird nach. Du kannst ja mal den Sonnenuntergang zeigen an der Seite. Der sieht richtig gut aus. An welcher? An der, ja. Ja, den kann man natürlich nicht so gut sehen, aber der sieht schon richtig Hammer aus. Richtig so, richtig gut. Das Gute ist, wenn wir mal in den Nether wollen, aber das haben wir auch schon in den letzten Parts gesagt. Da ist gleich Lava, aber Wasser drüber kippen wir dann. Im Nether? Nee, da geht das nicht. Hier meine ich. Hier ist Lava. Achso, ja, hier. Genau, stimmt. Das meintest du, ja. Im Nether geht das eigentlich, dann ist es gleich weg. Ja. Hier mache ich mal einen Wuschel da dran. Ah, dann diese komischen Erker hast du, glaube ich, von meinem Online-Haus abgeguckt. Kann das sein? Welche Erker? Ja, das sind diese Vorstände von den Fenstern oben. Achso, nee, das habe ich bei 4-Sonne auch schon gemacht. Achso. Ja, wir wollen jetzt keine Fremdwerbung machen. Äh, auch so einen anderen Server halt. Da habe ich das mal bei unserer Villa, weißt du? Bei unserer Villa. Achso, ja, das gehört aber der Vergangenheit an. Ja, das stimmt. Das ist sowieso, sowieso ein Saftserver. Immer aus und, äh, nein, Thomas, das ist so vermisslich. Also, der ist nur halt öfter mal aus und, alles klar, wir müssen uns verabschieden. Ja, wenn ihr diesen Ton hört, da wisst ihr schon, dass der Part zu Ende ist. Leider, aber, warte mal an. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Nö. Gut, also dann sagen wir Tschüss und wir sehen uns im nächsten Part. Genau, tschüss. Tschüss, tschüss.